Hallo und herzlich willkommen zurück. Genau eine Woche ist vergangen, seitdem ich das Gewinnspiel angekündigt habe. Ihr konntet teilnehmen. Insgesamt 10 Teilnehmer sind es geworden. Sie wollen das Buch gewinnen, wie man Freude gewinnt. Und ich habe jetzt hier die 10 Dose. Ich werde einfach das Ganze wie immer blind herausziehen jemanden. Und zwar habe ich da den Tobias Metzler. Ich denke, man kann es lesen. Tobias Metzler schrieb, PGB, super. Video-Bin ist vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen. Ich muss echt sagen, dein Content mündet mir sehr. Habe einige Kochvideos von dir als Empfehlung bekommen. Ich danke dir, Tobias. Ich danke auch allen anderen, die teilgenommen haben. Ich freue mich riesig. In der Zwischenzeit sind es schon fast 20 Abonnenten wieder mehr geworden als die 666. Ich werde dir jetzt im Anschluss schreiben, wenn du dieses Video siehst. Und du meldest dich bitte auch bei mir, sodass wir dann die Kontaktdaten austauschen können, damit ich weiß, wo ich dir das Buch kostenlos hinschicken kann. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt am Mittwoch wieder zum nächsten Video. Es wird in nächster Zeit vielleicht nochmal das ein oder andere Bonus-Video geben, da ich mir ja vorgenommen habe, mindestens 150 Videos in diesem Jahr zu veröffentlichen. Und da bin ich mit zwei Videos die Woche nicht ganz ran. Oder ich werde da nicht ganz rankommen. Dementsprechend wird es ab und zu immer mal noch ein Bonus-Video zwischendurch geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn ihr wieder fleißig kommentiert. Daumen nach oben gebt. Und bitte nicht enttäuscht sein, wenn ihr jetzt nichts gewonnen habt. Es wird demnächst wieder Möglichkeiten geben, etwas zu gewinnen, weil wieder die eine oder andere Marke geknackt wurde. Oder ich kurz davorstehe mit dem Kanal. Und das Ganze ist nur dank eurer Unterstützung möglich. Ja, und jetzt, lieber Tobias und allen anderen, alles Gute. Wir schreiben uns, wir sehen uns bis Mittwoch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Video.